wir haben uns heute immer wieder mit einigen menschen zu tun die sich besonders intelligent vorkommen und die dem islam dann dinge vorwerfen die oder die scheinargumente in den raum werfen gegen den islam die auf die einfachste art und weise und mit dem notwendigsten grundwissen sofort widerlegt werden können eine aussage ist dass zum beispiel gesagt wird ja wenn gott davor die bibel geschickt hat ja und musste er sich dann verbessern dass er den koran geschickt hat also sie wollen damit sagen also wenn doch gott vor die bibel geschickt hat oder vielmehr thora evangelium und dann hat er den koran herab gesandt heißt das dass gott vorher einen fehler gemacht hat und dann musste er den koran später herabsenden weil gott einen fehler gemacht hat und dann denken sie sie hätten ein super argument gebracht womit sie die welt erobert hätten ja und den koran und den islam widerlegt hätten und deswegen auch hier an die nicht muslime die diese botschaft heute hören bevor ihr alles hört was euch erzählt wird lasst euch erst mal die meinung zukommen von denjenigen denen der vorwurf gemacht wird es ist wie im gericht im gericht wenn jemand kommt und macht einen vorwurf dann wird erst mal derjenige angehört der der angeklagte ist und des öfteren ist es so dass wenn der angeklagte gesprochen hat dass sich plötzlich zeigt dass die tatsache ganz anders aussieht so erstmal zu diesem vorwurf wenn jemand sagt es sei ein beweis dass der islam falsch ist weil das implizieren würde dass gott sich verbessert habe da aber gott eine perfekte person ist kann sich gott nicht verbessern und deswegen mal war die bibel schon perfekt gewesen dann braucht er danach nicht mit etwas besserem zu kommen wir sagen hier an erster stelle gott ist perfekt sowohl in seinem wissen als auch in seiner macht als auch in seiner weisheit in all seinen eigenschaften ist gott ist der allmächtige gott allah völlig perfekt völlig perfekt und über unsere vorstellungskraft das ist richtig aber wenn ein christ mit diesem vorwurf kommt und fragen wir ihn direkt in genesis 6 vers 6 steht laut der bibel über die du eben noch gesagt hast oder über die eben noch gesagt wurde sie müsse doch eigentlich der maßstab sein und wenn die bibel falsch war dann würde das doch implizieren der koran zur verbesserung der bibel gekommen ist dann würde das implizieren dass gott vor einen fehler gemacht hat in dieser bibel steht ja dass der perfekte gott laut der bibel gesagt habe genesis 6 vers 6 und gott bereute es dass er den menschen gemacht hat und es schmerzte ihn in seinem herzen ich wiederhole der perfekte gott was du behauptet das sagt laut bibel gott schmerz ist in seinem herzen er bereut es dass er den menschen erschaffen haben und schmerzt ihn in seinem herzen hier sagen wir als muslime nicht dass gott einen fehler gemacht hat erstmals würde implizieren etwas zu bereuen bedeutet dass man eingesehen hat dass man etwas falsch gemacht hat und schmerzt sie in seinem herzen bedeutet eine schwäche das heißt in der bibel in der jetzigen bibel gott wird ganz klar mit schwächen beschrieben und wir muslime sagen diese stelle kann unmöglich von gott sein weil gott keine schwäche hat das heißt der koran ist nicht gekommen um das wort gottes zu verbessern weil gott vor einen fehler gemacht hat sondern gott hat es zugelassen dass menschen sich versündigen indem sie die bibel oder das was vielmehr nicht die bibel sondern die heiligen schriften die gott herab gesandt hat verändert haben und er hat daraufhin danach propheten gesandt die diese botschaft das was verändert wurde verbessert haben und berichtigt haben das heißt sie haben es eigentlich nicht verbessert im sinne dass gott einen fehler gemacht hat sondern sie haben das was menschenhand geschrieben hat so wie auch steht in jeremia 8 vers 8 ihr denkt ihr seid weise und die botschaft gottes sei bei euch ja aber der lügen grüffel der schreibe hat es zur lüge gemacht ja dies ist die aussage das heißt menschen haben hier etwas reingeschrieben und wir sagen nicht dass der koche dass gott vorher einen fehler gemacht hat sondern dass die menschen einen fehler gemacht haben und dass gott es zugelassen hat dass die menschen einen fehler gemacht haben aus einer weisheit heraus die uns bekannt ist oder nicht bekannt ist aber hier sehen wir dass die weisheit darin besteht dass der mensch dazu aufgefordert ist die wahrheit die klar und deutlich ist zu befolgen wenn sie zu ihm kommt denn für jeden menschen ist klar wenn er sieht dass dort drin steht wie beispielsweise in genesis 6 vers 6 gott schmerzt es in seinem herzen und er bereut es dass er den menschen erschaffen hat dass diese aussage falsch ist wenn in genesis 32 den gott habe mit jakob gerungen verloren da weiß jeder dass diese aussage falsch ist dass gott nie und nimmer gegen einen propheten verlieren kann so und dann ist der mensch dazu beauftragt nach der wahrheit zu suchen das heißt die bibel die wir heute in der hand haben ist nicht das pure gott gottes sondern eine kombination von beidem also ist der koran nicht gekommen weil gott einen fehler gemacht hat und er dann eingesehen hat oh ich habe einen fehler gemacht und ich muss es jetzt verbessern sondern er hat den koran gesandt um die fehler die diese menschen gemacht haben zu verbessern und um die menschen auf die probe zu stellen dass sie der letzten botschaft gottes folgen denn gott hat völlige souveränität hat völlige herrschaftsgewalt er kann bestimmen und er kann aus einer weisheit heraus gesetze für verschiedene zeiten bestimmen und die menschen auf die probe stellen denn er sagt im koran so sie ihm 6 versuch der die kala kalmote derjenige der leben und tod erschaffen hat um euch auf die probe zu stellen wer die besten taten begeht das heißt wir werden durch die schriften auf die probe gestellt erst mal folgen wir dem neuen gesetz und sagen wir wie wieso ich will dem folgen was davor war und folgen wir der wahrheit wenn sie zu uns kommt und es ist ganz offensichtlich dass der koran die wahrheit ist denn der koran ist voller wissenschaftlicher wunder ist voller prophezeiungen und informieren gibt es keinen einzigen fehler und wer einen fehler suchen will der kann gerne suchen und ich habe schon gesucht denn ich bin jemand der sich kritisch mit dem islam auseinandergesetzt hat und dann zum ergebnis gekommen ist dass es die wahrheit ist deswegen für die muslime ist nicht verboten den islam kritisch zu betrachten sondern im gegenteil wir motivieren euch dazu also für die nicht muslime und dann werdet ihr sehen dass der islam die absolute wahrheit ist der einzige weg zum paradies und die einzige rettung für ewige bestrafung der hölle und das sagen wir euch nicht weil weil wir euch bestrafen wollen sondern wir wollen mit euch zusammen ins paradies gehen möge alle uns alle zum islam führen und für die muslime wie gesagt lernt die religion und lasst euch nicht sofort durcheinander bringen wenn irgendjemand mit irgendetwas kommt sondern versucht präzise den vorwurf zu betrachten und wenn ihr eine frage nicht beantworten können dann fragt leute die die sache beantworten können super abonni